hallo und herzlich willkommen bei retro gamble ich spiele wieder mech arena und ich werde das mein neuer hangar von dem tag von gestern und die erste runde geht auch los im wettbewerb das ist bestimmt ein spieler ich renne erst mal los mit den lanza die auf meiner lieblingsposition wie ihr schon mittlerweile kennt auch scheiße kein spring wie sie warten 21 und drüben bin ich also da komme ich nicht mal ran schon zu weit weg er ist aber rote mauer gelaufen naja ok mit der kanone bringt das nichts hier um rumzutun ich musste ein bisschen heran wiii wiii Wie, 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 wie. Bisschen Verstecken spielen hier. Wie. Da war einer. Ah, das gibt's doch nicht. Ich bin nicht gestorben. So, jetzt sind wir nächsten. MD. Es war eine knappe Niederlage, aber es war eine Niederlage. Am Ende zählen wir nicht die Tote. Ja, das sind die Tote. Wow, ich habe ihn gerettet. Ich habe mich geopfert, damit erleben kann. Okay. Dann kommt jetzt der Scharfschütze dran. Wie gesagt, auf dieser Map finde ich den nicht ganz so gut. Es gibt so ein, zwei Positionen, wo man mit dem gut stehen kann. Aber es ist hier vorne rauf gehen. Rauf, okay. Das Einzige ist, wenn die Mauer gleich zurück geht, muss ich mitlaufen. Sonst falle ich runter. Da, jetzt. Gesehen? Ich bleibe nicht sonst stehen. Ui, der hat gesessen. Der hat was drauf gekriegt. Okay. Oh, jetzt bin ich nicht drauf. Ja, ich habe ihn auch erwischt. Okay. Jetzt kommt Kirschschütze dran. Wie gesagt, mit der Artillerie, mit den Dings, brauche ich nicht zu nehmen. Hat keinen Sinn bei dieser Map. Ja, ein bisschen Sinn schon, aber... Bäh, das ist... First blood. Well done. Boom. nicht richtig getroffen dahinten ist einer was sucht denn da ich bin ganz empfindlich habe ich den da kommt der nächste ich bin noch nicht fertig warte vier sekunden bitte es knistert hier ich fühlte auch die raketen heftig oder antrat er auch miss record auf platz nummer zwei gut dann schauen wir uns mal die bewertung an und dann geht es weiter zum nächsten spiel erster platz die zweite runde und damit die vorletzte platz war gehrt warte mal möchte ich wieder meine position hier ein natürlich nicht diese und diese meinte ich auch nicht ich meine natürlich diese wie meine lieblingsposition geworden aber die sind alles so weit weg was mache ich mit dieser waffe auf diese position oh ein schuss ich habe angst meine nase juckt mein nase juckt nein nicht der ich brauche das gibt es noch nicht doch kein leben mehr naja ich geht mein nasi rückt ich muss die Nase putzen das Spiel geht schnell vorbei assistent aber hierauf nach hinten habe ich da hinten bitte habe ich da hinten ich treffe die sonst nicht okay da ist er gleich geht die Wand wieder nach vorne bitte aufpassen da legge ah Mist Mist ja voll in der seite rein schutzschild 77 stets lass mich darauf 1 1 ok letzte runde jetzt kommt mein kill shot ran von vorn rein wir müssen jetzt richtig ab absahnen das ist ein bisschen perverser oder was kann man noch dazu sagen wo ich habe ein gekillt da geht es runter zack weg ist er ha 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 ok er ist sichtbar er ist dort ah shit shit we Achtung Kollege, da oben schießen sie. Ich habe schon wieder keinen getroffen. Okay, der ist da. Ah, die Wand ist noch vorgegangen. Aber es sieht sehr gut aus. Ich glaube, wir werden gewinnen die Runde. Ja, wohl. Noch ein Killer am Ende. Ja. Der drittbeste Match war ich. Der Gegner hat den besten gehabt. Aber was kann man davon, wenn einer sehr gut ist und die anderen alle scheiße? Nichts. Gut, dann geht es weiter zur Bewertung. Zweitbester Spieler und dann sage ich mal, bis gleich. Okay, die letzte Runde und zweitens mal Kontrollpunkte, weil ich habe bei Wettbewerb keine Punkte mehr. Deswegen. Entschuldigung. Kontrollpunkt. Ah. Hi Shadow. Ich bin Lanza. Kennst du mich? Game over, Punk. Dich kenne ich. Ich habe keinen Schuss mehr. Übrigens da in der Nase war gerade so ein Popel gewesen. Und da hat es so eklig geklebt. Da habe ich ja ein Taschentuch. Äh. Nicht ganz. Problem ist. Der wollte nicht ganz raus. Ich wollte mal was ausprobieren. Es sah auf jeden Fall gut aus. Yeah. Schade. Äh. Hahaha. Ich habe ihn erwischt. Er hat mich eingefroren. Ich will den Punkt einnehmen. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Da hinten nimmt einer. Ach, das gibt es doch nicht. Was soll man dazu sagen? Raketen auf mich? Nein. Nicht mit mir. Hörst. Renn weg. Dann bist du tot. Erschloch. Ich muss ihm helfen. Ich bin Sanitäter. Ich bin Sanitäter. auf mich geschossen. Ich hatte noch so ein bisschen Energie. Das ist eine Munition. Nein. Schon tot in mich. Geopfert. Ich hatte zu viel geredet da hinten. Ich würde ja auch gerne laufen, aber ich bin nicht so schnell. Oh, den. Ich habe den. Zack. Rache. ich hatte schutzschild also ich finde manche mächtig schießt ja alles daneben das gibt es noch nicht also manche fähigkeit von mächtig manchmal richtig heftig und manche richtig low so wie das schutzschild von denen erstens hat das so ein paar sekunden und zweitens gibt es der eine mit der kuppel ringsherum ich habe den namen vergessen das schutzschild ist doch viel besser wie das von denen egal was soll es das waren jetzt alle drei spiele und ich sage mal dankeschön für zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal seid bis dann wünsche ich viel spaß doch wiedersehen tschau 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 Untertitelung des ZDF, 2020